Willkommen zurück meine lieben Freunde hier bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD und Hätten ab und einen Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, sodass ihr in der Station scheiden solltet. Wir teleportieren uns. Nach Kakariko teleportieren wir uns jetzt. Und da wird jetzt der Maromat übernehmen. Dank unserer Spenden. Und da gibt es dann faire Preise. Hurra! Wir haben das Geld für die Reparatur der Brücke zwischen dem Oscar von Hyrule Stadt und der Ebene von Hyrule zusammen. Du solltest diesen korrupten Laden in Hyrule Stadt mal ansehen. Wir wenden doch immer Beiträge zum Unterstützung von Fonds und wie Waren in Hyrule Stadt billiger verkaufen zu können. Für die Öffnung des Ladens in Hyrule Stadt fehlen uns um noch 2000 Robine. Beteilige auch du dich an der Sammlung zur Errichtung eines billigen Ladens in Hyrule Stadt. Die Preise dort sind viel zu hoch. Es fehlt nur noch 1300 Robine. Vielen Dank für deine Hilfe. Diese Abzocke auch ey. Erstmal 1000 und dann 2000. Aber sie haben von Anfang an gesagt, es geht um die Brücke. Nicht um den Laden. Das gehen wir die Seelen mal abgeben. Gehen wir die mal abgeben. Aber hier ist auch eins von acht. Also ziehen die auch für hier. Und am Friedhof gibt es nachts glaube ich auch ein Po. Oh. Na gut. Müssen wir mal schauen. Badadadadam. Aber wir können ja schon mal abgeben gehen. Wir müssen als Wolf Link rein, ne? Ja, wir müssen uns hier reinbudgeln glaube ich ins Haus. Dum 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 dum. Lassen die mich überhaupt hier rein? Tagsüber? Oder schmeißt die mich jetzt einfach direkt hochkant raus? Wie sie alle Angst haben. So muss das sein, wenn ein Potato die Stadt betritt. Die armen Leute, ey. Die tun mir einfach ein bisschen leid. Ich tue euch doch nichts. Hallo Giovanni. Na Clever. Du siehst es ja. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Bitte beeile dich. Nur noch neun Geister. Dann hast du es geschafft. Achso neun Geister. Insgesamt. Es gibt noch mehr als die neun Geister. Aber ich muss noch neun Geister, damit ich ihn... Okay. Neun Geister schaffen wir das irgendwie. Also zwei Geister weiß ich auf jeden Fall wo sie sind, aber... Wir können es hier nicht verwandeln, übrigens. So. Habt ihr gerade auch diesen Wolf gesehen, der durch die Stadt gelaufen ist? Der kam ja gerade aus dem Tor entgegen hier. Och. So. Tade sig. Tade sig. So. Ha, mein junger Freund. Du willst doch sicher die Herausforderung annehmen, oder? Es kostet dich nur 10 Robine. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also gib alles. Alles klar, dann los. Voila. Okay, das war's noch nicht in. Das war jetzt blöd. Ich bin ein Star! Oh, unmöglich. Das ist ja fantastisch. Ein neuer Star wird geboren. Und einen Preis bekommst du natürlich auch hier. Bitte. Du hältst den großen Kascher. In ihm kannst du bis zu 60 Weile aufbewahren. Also gut. Der nächste Level war speziell für dich entworfen und für niemanden sonst. Also besondere Servers für echte Stars. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Ein echter Knaller. Dann wirst du dir die Zähne ausbeißen. Ich glaube, den nächsten Kurs kann man auch nicht schaffen, oder? Tut mir leid, aber wir bereiten gerade unser neues Spielfoto. Solltest unbedingt wiederkommen, sobald es fertig ist. Und vergiss das ja nicht. Auf keinen Fall. Und dann wirst du gerupft. Schätzbetrüger. PotatoFat ist ein Superstar. Jetzt will ich die eine Million Abos. Wahnsinn, da ist er ja. Spitze, er hat mit uns gesprochen. Und jetzt einfach wieder reingehen, da ist es dann schon vorbereitet. Ja, okay. Das wird mir nicht schaffen. Da brauchen wir. Und ohne Plattform. Seht ihr das? Ah, da brauchen wir noch was anderes. Aber das kriegen wir auch relativ, naja, bald nicht, aber... Das abgekaterte Spiel will ich nicht mitspielen. Magst du eigentlich Hunde? Ich schon. Wenn ich Knochen werfe, bringen sie sie immer wieder zurück. Wenn du magst, kannst du auch mal mit ihm spielen. Oh, wie süß. Ist das ein Thema, wann es hat? Ja, wir müssten jetzt noch mal auf Nacht warten, ne? Mehr oder weniger. Also, ich glaube, am Friedhof in Kakariko gibt es einen und draußen vor Kakariko gab es ja auch noch einen. Dann, dann gibt es noch in Hügelsee gibt es einen, wo wir mit den Hühnern hin müssen. Ich weiß nicht, ob es hier draußen noch welche gab. Es gab bestimmt noch übelst viele in Dings hier, in Firone. Hier gab es doch schon auch noch einen, den ich nicht geholt habe oder so. Spätestens hier oben. Mit dem Ding hier oben. Ich meine, die Truhe kommt, weil er dann nicht. Ich meine, die Truhe kommt, weil er dann nicht. Ich würde die Uhrzeit gerne schnell wechseln können. Das wäre super. Ich meine, es ist ja offensichtlich bald Nacht, aber ein bisschen dauert es noch. Ah, da ist er schon. Okay, beeilen wir uns. Hier haben wir jetzt irgendwie 9 von 19 Stück. In dem ganzen Gebiet. Und im Hyrule glaube ich, ist das ganze Gebiet. Ich wollte mal kurz gucken, ob hier vorne auch wo einer ist, aber das sieht schlecht aus hier vorne. Ich sehe zumindest nichts. Den Schmetterling hatten wir geholt, oder? Oder hatten wir den nicht geholt, weil wir da nicht hoch konnten. Schmetterling war weiblich gefangen. Ah, wir hatten ihn noch nicht geholt. Wunderbar, dass ich ihn jetzt geholt habe. Und hier können wir als Wolfling, glaube ich, buddeln, oder? Bei so auffälligen Steinkreisen. Perfekt. Ihr kriegt das hier, meine Freunde. Oh, das war ich so. Ja! Oh, ein Stampel. Link wütend. Okay. Da werde ich wütend! Na gut. So, dann wollen wir wieder verwandeln zum Wolf Link jetzt schon, oder? Ich glaube, wir machen erstmal, wir laufen normal weiter. Wir wollen es verwandeln. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Weg, den wir hier oben freigemacht haben, bei der... Eigentlich ist das noch eine Abkürzung, aber ob da auf dem Weg vielleicht auch noch einer ist. Ich weiß es halt nicht, aber am liebsten würde ich das mit dem Pferd schauen. Ich habe das Problem, wenn ich jetzt einfach so da hinlaufe, na... Das wird immer ein bisschen mies, ne? Und wir können gleich das Pferd rufen. Aber wir würden das Pferd nicht lange benutzen hier oben. Na... Weil wir eh noch nach unten müssen. Na vielleicht für später, aber jetzt auf der Brücke vielleicht einer von denen. Hier ist schon mal keiner. Hat man den eigentlich schon geholt? Oh, die Kinder bekommen... Teils. So... Du kannst mich jetzt irgendwie auch nach Boden erzählen, mal vertrauen. jumping advantage auf. Was hast du das? Geh 10. Du kannst Menschen sagen aus auf der Brücke. Nach und dahulu. steel, aber beide Dallas-Statpoint, ohne Kohlen hat ihre Opferd 7 Scientists & 62 Yellow steht auch nicht evangeliert oder die OMz. Haben wir die andere Version? Davon haben wir, ne? Das war nur dieses andere Geschlecht, was uns jetzt fehlte, ne? Für die Gottesanbeterin. Ne, wir haben erst mal eins, okay? Das heißt, hier gibt es noch ein anderes, anderes Insekt, was wir finden können. Vielleicht auf der anderen Seite der Brücke, das könnte es sein, ne? Ich bin eigentlich gerade nicht auf der Suche nach Insekten. Aber ey, so ist es manchmal. Ja, wenn wir kurz die andere Seite angucken, dann würde ich das gerne so machen. Es könnte hier auch unten sein, ne? Unten gibt es auch ganz viel Land. Wie? Ja! 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 in dem stein ist ein tier ich höre hier was sie auch was okay weiblich gefunden wunderbar das ist schon mal sehr viel wert noch mal ein tablettes paar gefunden sondern runter ist auf jeden fall ein paar mindestens ja So, let's go. Dahinten ist auch noch ein Pau. Seht ihr das? Man sieht die sehr weit. Dahinten ist auch noch einer. Es sind zwei Stück von hier aus. Hallo mein guter, komm runter. Perfekt. Da ist einer. Mist. Hätte ich eigentlich merken müssen, dass ich da nicht rüberkomme. Das wäre jetzt dumm von mir. Das wird wieder Tag. Wie schnell das geht mit dem Tag. Wir hatten kaum Nacht. Da fängt die Musik schon an. Wir sind schon weg, ne? Das ging jetzt echt schnell. Der ist schon weg da vorne. Was? Was macht ihr denn da? Was ist das? Ich call Bullshit. Da call ich Bullshit gerade. Was? Was ist das? Was ist das? Oh, Gott. Das war. Jetzt mal. Das war's. So, da 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 Und ähm, ein Schlimm habe ich schon mal gemacht gerade, der hier, wo man mit dem Huhn runter muss, aber... Moment, die falsche Taste, ich wollte was anderes gucken. Ein paar Ansekten hatten wir ja schon ein Geschlecht, aber nicht beide. Also eins ist hier unten. Irgendwo hier in der Ebene. Und der andere ist vermutlich auf der anderen Seite der Brücke. Von der wir ja, wir müssten eigentlich von hier dahin kommen, oder? Nee. Von hier müssten wir dahin kommen, über den Weg gehen. Aber können wir den Weg überhaupt gehen? Waren wir da jemals? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lass es mal versuchen. Versuch macht klug. Einfach mal schauen. Wird schon werden. Ich meine, wir können da noch nicht lang, aber ich bin mir nicht sicher. Weil ich weiß, dass da ein gewisses Gebiet ist, in das wir noch nicht gehen können, glaube ich, weil das erst später kommt. Ein tolles Gebiet übrigens aber. Das kann sein, dass wir nur in das Gebiet nicht rein können und trotzdem von dort vorbeireiten können. Das kann durchaus sein. Mal. Ich weiß, dass du das nicht mehr aufbauen kannst. Weil 12 sind wir, glaube ich, da lang sind. Oh ja. Aber das war anders. Es kann sein, dass es bei der Grudewüste war, was ich gerade dachte. Mit dem Gebiet. Ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite der Brücke ist. Oh, sieht ihr, was ich da sehe? Ah, da kommen wir da nicht hin, da kommen wir da nicht hin. Oh, 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 oh. Lan 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 lan. Da kommen wir aber hin. Aha. Da ist auch noch eine Höhle. Perfekt, Gäste, Schrecke weiblich gefangen. Wunderbar. Und hier ist auch noch eine Höhle, die wir können. Da unten können wir uns auch dran machen, dranhängen, aber dann... Es könnte aber schon klappen, dass man da runterkommt, oder? Ah, schauen wir mal. Gehen wir einfach mal in die Höhle rein. Mal gucken, was hier auf uns wartet. Oh. 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 Vadma. Oh, oh, oh. Das ist der Tempel, oder? Nee. Oder doch. Und wir haben Tempel nur ganz oben? Nee, das kann nicht sein. Ne, 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 ne. Der Trick ist das hier, auf jeden Fall. ok nicht ganz so kann man versprungen die dinge an oder abziehen ich weiß nicht vielleicht kann man es doch umfallen doch kann man tatsächlich ok jetzt wird selber geschwillt hier also Na, was ist da drin? Ein Stempel, Herzteil. Ich dachte erst Stempel und dann dachte ich, dann wie neben sowohl Herzteil. Aber hier ist das Herzteil drin. Sammle drei weiteren, du erhältst ein zusätzliches Herz. Wunderbar. Jetzt kommen wir hier raus und müssen von da dann vermutlich wieder mit dem Enterhakt nach oben. Das war eine ganz schöne, kleine, süße Höhle mit einem kleinen Rätsel. Sehr schön gemacht. Da, 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 da. Dann einfach rüberjumpen. Okay. Ist ein bisschen Vorsteinflößend, sowas. also echt gut dass wir hingegangen sind ganz ehrlich das hat echt das war echt gut wir haben einen wir haben ein insekt gefunden was uns auch fehlte eingestellt ein anderes geschlecht was uns auch fehlte was sehr gut ist und wir haben wir haben wenn wir jetzt aber gerne wissen ich glaube das wird man ganz kurz kugeln jetzt es war eigentlich vorbei aber ich gucke mal wenn es wenn es relativ einfach zu erlangen ist würde ich das machen ich habe ein kleines problem wir haben es bald von allen tieren beide geschlechter zumindest schon mal nasa und käfer das kann vielleicht gucken dass ich hier unten in firol ist ja gar kein problem aber der hier ist ein problem gewesen die schnecke weil ich ihn wirklich nicht gefunden habe aber vielleicht ist das einfach nur zeit was sein das müsste dann stecke weiblich sein okay das kommt also später scheinbar die schnecke die andere schnecke mein den nasa und käfer können wir jetzt suchen gehen er müsste meine ebene sein das heißt das ist jetzt komplett nach nord durchlaufen aber hier gibt es auch noch ein paar ich glaube es gibt auch noch post und sowas sind auch stempel und sachen zu entdecken ist der herz klar was wir hier kriegen also in unserem heimatdorf aber aber doch machen wir später glaube ich bin ich mich gerade nicht so kritik nach ich war für große insekten suche und eigentlich auf der jagd nach nach den geisterseelen aber das wird ein bisschen schwieriger mit den geisterseelen leider na komm schon ich will da nur raus reiten hier muss aber was versteckt sein also hier im hier im Das war's für heute. Das war's für heute. Hier hat man eine Kiste, wo wir jetzt rein können, glaube ich. Da braucht man vielleicht zwei für, ich weiß es nicht, ich glaube ne, einer müsste reichen. Ah, easy. Und eine Robina, die kann ich wirklich gut gebrauchen gerade. Tatsächlich, endlich mal Robine bekommen, wenn ich sie gebrauchen kann. Das Problem ist, hier ist ein Käfer an einem Baum, das weiß ich hier irgendwo. Da ist er. Den sollten wir uns vielleicht holen, damit er weg ist. Damit er sich mal ablenkt. Wir können ihn ja gar nicht holen, ne? Wir können ihn ja gar nicht holen, weil der wird jetzt wieder freigelassen. Ah, stimmt. Das heißt, wir müssen uns merken, an diesem Baum ist das nicht der Käfer, den wir suchen. Woher ist das nicht? Hier bin ich. Woher ist der Kapitel auf? Woher ist das nicht? Ich glaube, hier ist das nicht so schön. Woher ist der Kapitel? Woher ist das nicht? Woher ist das nicht? Woher ist das Nichts? Das sieht auch wie verdächtig aus. Ja, war sogar verdächtig. Ja, war sogar verdächtig. Ja, aber ich war dann zurück dafür für die Truhe, okay? Ein Stempel, Link-Woll-Verhalten, wunderbar. Oh, money, money, money. Must be funny. So, haben wir keine kleine Truhe jetzt irgendwie vergessen oder so? Doch, da ist noch eine. So, aber das waren jetzt alle, oder? Da. Sieht gut aus. Hier muss auch irgendwo ein Käfer sein. Mal genau genommen sieht dieser Graspatch hier auch ziemlich verdächtig aus. Ich glaube, hier ist halt nichts. Sehen wir da gerade da drüben? Ich weiß nicht, was wir da sehen. Was da leuchtet. Könnte ein Pau sein. Ist ein Pau, oder? Oh, mein Gott. Ist das nicht. Ich weiß nicht, was wir da tun? Ich wollte gerade schon fragen, wie viele gibt er denn noch, aber hat es zumindest aufgehört. Ja, das mit dem... Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Das war der Nashornkäfer. Dann beenden wir den Part an der Stelle und ich gucke einfach zwischen den Parts mal nach, wo die weibliche Version ist und dann sehen wir uns wieder. Bis dann, haltet die Ortschaft, macht immer das Beste aus eurem Leben, euer Potato-Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.